Jetzt geht's los. Was da los? Ähm, ja. Immer noch Herrschafts auf Exile. Das ist jetzt halt die dritte Runde. Alles Gutes 3, ne? Irgendwie. Das muss ja so sein. Aha. Das hat sich gerein. Ähm, als ich da vorgespielt hab, ging's irgendwie besser. Vor den Aufnahmen. Mhm. Ja. Jetzt halt wieder mit etwas stärkerem. Irgendwie eventuell kannst du da ran liegen. Naja. Frau Misting baut irgendeine eigenartige Plattform. Nein. Man weiß nicht was das sein soll. Okay. Geht's auch, ne? Hm. Ja, schon. Okay. Das gleiche sind wir gerade eben. Und. Ab geht's. Ab geht's. Ab geht's. Oh, jetzt früh kommt der nicht hier hin. Wir nehmen Xavi. Okay. Der war fies. So ein kleiner Schwuler. Scheiße. Get down. Warum willst er hier noch eine Zeichnung machen? Fuck. Irgendwie... Woher kommt es noch? Ja. Kriss mich. Alles nur Ablenkung. Nein. Ah ja, solche kleinen Tippels. Was ist besser? Fuck, jetzt ist es schon wieder dunkel draußen. Ja, ist es. Ach. Mach das schon so noch heute. Normal. Ja, wir haben... Ich wollte getroffen! Wollte ich nicht. Hey, Ablenkung. Freude und so. Ja, man hat die Freude gehört. Gehört. Hallo. Hi. König bin ich auch immer... Königsmann. Hm. Ist mir egal. Ist so ziemlich. Eigentlich, ne? Muss... Ich hab's fertig. Ich hab's fertig. Stimmt. Der Phil Mystic wollte ja auch mal Videos machen. Irgendwann sicher. Hab der Werte ja herkennend Lust zu. Ja. Ich hab's das kalt. Scheiße, wo ist kalt? Ich hab's das kalt. Überlebenst du uns dann? Genau. Ja, genau. Ja, genau. Die Runde könnte... Der hat mich jetzt nicht ernsthaft überfahren. Aua! Wurde ich jetzt getroffen? Nein. Ähm. Ja. Guck mal, das ist da... Unterstrukt. Toll, die... Kittenwerfer. Ach. Die sind direkt in ein... Nuk-Tube. Alter, die können sich im Weifer schaden gehen. Ah, der war. Piu. 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 Sparsfremde. Piu. Schon wieder so ein rechlicher Arme. Piu. Bei Helo muss man immer so ewig drauf, ewig sterben. Hat der einen Jetpack, oder? Ja, der geht nicht in den Charlie. Alle sterben. Letztes Gepecht. Letztes Gepecht. Nein. Hast du so gestellt? Hm? Du störst dich krass. Scheiße. Boah, ich kann Zukunftsversen. Naja, passiert, wenn man ewig keine Rede gespielt und die ganze Zeit nur was anderes zockt. Das ist also nur meine Ausrede in der Schule. Schule ist kein Spiel. Das Reelife ist ein Spiel. Das Reelife ist ein Child-Spiel, was die Grafik ist. Das ist das Beste. Ja, muss. Was? Mit den HD-Texturepacks, oder? Die Texturepacks kann man leider ja nicht ändern. Naja, wohl. Haben? Und so? Was? Was? Stopp. Ja, und dann geht das. SD. Ja, hier der Kenner, ne? Muss ja. Einer muss es ja. Okay, schon wieder so ein dreckiger Keifer. Wichtig Hassan. Ja, wichtig Hassan. Ja, wichtig Hassan. Ja. Mal eben so ein halbschottes Fahrzeug nehmen. Ja, stimmt. Nur um mir den Eingang zu versperren. So. Da ist es ein bisschen。 Einfach erobern. Okay, zu spät sein. Ja. Aber er ist tot. Okay, das war's jetzt von online. Halleluja! Und jetzt kommen die Doubles mit dem Pro Mystic. Die was? Also, ich und der Pro Mystic spielen jetzt gegeneinander. Yeah. Ich bin mit dem High-Controller. Er spielt mit dem Controller, der High ist. High? Ja, okay, scheiß drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Oder bis Neujahr. Oder eher. Bestände! Ciao!